Freunde, herzlich willkommen zur Ice Bucket Challenge 2014 und der liebe Chris war so nett und hat mich nominiert. Ich sage dafür nicht Danke, weil ich habe 24 Stunden Zeit. Wir haben pures Regenwetter. Morgen haben wir 23 Grad Sonne, da wäre das kein Thema gewesen. Nein, ich darf das bei dem Wetter machen. Und bevor wir jetzt gleich alle loslachen können, zumindest ihr, noch mal ganz wichtiger Hinweis. ALS, ihr habt es bestimmt schon x-fach gelesen, ist wirklich eine sehr, sehr schwere Krankheit. Deswegen nicht nur einmal über den Kopf schütten, sondern spenden, spenden, spenden. Und damit diese ganze Challenge mal ein bisschen in Fahrt kommt, habe ich ein paar nominiert. Und zwar, ich nominiere die Rosa Strippe in Bochum. Könnt ihr euch irgendjemanden aussuchen, der das macht? Ich nominiere die Facebook-Gruppe WeLoveDienstlaken. Wir sind in der Heimat, also zeigt mal, was ihr könnt. Christoph Mihawk ist auch dabei. Und jetzt kommt mein Team, die werden mich hassen. Zum einen Andreas, mein Grafiker von Curtainfire und Ian Colleen, mein Produzent. Und, sowie, als kleinen Bonus dazu noch, DJ Engine, ich habe dir das angekündigt. Und Andreas Bernadi, für den wird es wahrscheinlich sehr überraschend kommen. So, ich begebe mich jetzt, spenden werde ich auch, ich begebe mich jetzt da nach hinten. Und gebe dem Justin den Eimer, gebe ihm dann ins Kommando und dann könnt ihr alle lachen. Alles klar, viel Spaß, ich bin mal nass. So, unten, ich gebe dir das Kommando, ja? Ja. Warte, halt, stopp die Uhr. Die Uhr ist schweig egal. Kannst du die? Mal kurz meine Filmtechnik, die geben. In diesem Sinne, Henker walte deines Abends. Ah, fuck. Warte, mappisch.